Hokezilla, der skeptische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 291. Mal bei Hokezilla, dem skeptischen Podcast. Heute bei mir, wie immer, die wunderbare Hokezmistress Alexa. Hallihallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und bei mir ist natürlich auch, wie immer, der wunderbare Alexander Hokezmaster. Und das ist die erste Hokezilla-Folge aus dem brandneuen Studio Bavaria. Ja, wir haben jetzt alles Mögliche, was uns zur Verfügung stand, genutzt, um dieses Studio interimsweise so trocken wie möglich zu kriegen. Für alle, die sich mit Audio-Technik nicht auskennen, das heißt nicht, dass hier Wasser drin steht, sondern wir versuchen, Halt zu vermeiden. Es waren mehr so Polster. Genau, jetzt haben wir alles hier mit Decken und Polstern vollgehangen, damit es möglichst wenig Halt, das werden wir demnächst natürlich andere Dinge hinbekommen durch Dämmplatten und solche Geschichten, die haben wir aber noch nicht. Aber wir wollten euch nicht länger nach unserem Umzug auf eine neue, reguläre Folge von Hokezilla warten lassen. Es wäre auch kaum gegangen, weil der Monat Januar schon fast zu Ende ist. Genau, also wer jetzt ganz aufmerksam gemerkt hat, wird gemerkt haben, Dezember und Januar jeweils nur eine Hokezilla-Folge, nicht zwei, aber so ein kleiner Umzug von 850 Kilometern, so wie wir ihn hinter uns haben, der frisst halt auch so ein bisschen Ressource und Zeit. Wir werden demnächst nochmal für euch ein Video machen, was sich noch alles hinter diesem Umzug verbirgt, denn wir haben noch so ein paar Ideen. Damit wollen wir euch aber jetzt in dieser Episode nicht langweilen oder ablenken, sondern wir wollen uns heute einem schönen Thema widmen und das ist wieder so ein Thema aus der Astronomie und aus der Astrophysik. Da wisst ihr wieder, dass ich im Wesentlichen schuld an diesem Thema bin, aber das ist auch ein sehr schönes Thema und das fand ich gut. Ja, hat mich total fasziniert. Also der Vorschlag kam von dir, aber ich habe ihn sehr, sehr gerne aufgenommen und fand das Thema einfach super. War wenig Überzeugungsarbeit. Insofern machen wir jetzt einfach mal weiter, wie gewohnt, mit der Huxeler Story. Die Story dreht sich um ein erschreckendes Ereignis aus dem April 2016. Genauer gesagt, es geht um den 23. April 2016 und um das Magnetfeld der Erde. Eine Meldung besagt und die wird auch unterstützt durch Bildmaterial von der NASA, dass das Magnetfeld der Erde, die Magnetosphäre, für zweieinhalb Stunden komplett zusammengebrochen war. Also wirklich nicht mehr vorhanden war, bis sie sozusagen wieder angesprungen ist und einfach wie gehabt wieder da war. Und das alleine mag jetzt vielleicht nicht so erschrecken, aber wenn man sich mal überlegt, was das Magnetfeld der Erde macht, um uns zu schützen, dann kriegt man da schon so ein bisschen Muffensausen, wenn man sich das überlegt. Denn es schützt uns vor den Sonnenwinden und vor kosmischer Strahlung. Also es ist immanent wichtig für Leben auf der Erde und für uns alle. Und wenn das einfach so zusammenbricht und sei es auch nur für zweieinhalb Stunden, dann ist das schon ein Alarmsignal, ein Warnzeichen und eine ganz, ganz schreckliche Horrormeldung eigentlich, wenn die Geschichte stimmt. Okay, ich höre deine Skepsis aus 100 Metern Entfernung quasi. Schauen wir mal am Ende der Sendung, ob da was dran ist. Thema der Woche Ja, Oumuamua ist das Thema der heutigen Sendung und ich werde es wahrscheinlich nicht ganz korrekt aussprechen. Da ist noch irgendwie so ein Glottal-Stop am Anfang. Genau, das ist kein Apostroph, sondern ein hawaiianisches Schriftezeichen, was eben genau diesen glottalen Stopp noch hinbringen soll. Also wir leben erstmal damit, dass wir Oumuamua sagen. In den meisten amerikanischen Dokus wird es auch so ausgedrückt. Worum geht es? Es geht um den ersten interstellaren Besucher, den die Menschheit jemals nachgewiesen hat. Das ist ein ziemlich faszinierendes Thema und deswegen haben wir uns gedacht, das passt gut zu Huxilla. Auch wenn es ein bisschen überraschend ist, dass es sich bei diesem Objekt, also der erste Besucher ist natürlich ein Objekt gewesen, ob es denn ein Asteroid... Ein unbekanntes Flugobjekt eigentlich, wenn man so will. Eigentlich, ja, das ist völlig richtig. Dann auch noch nicht aus dem Sonnensystem. Genau, und wir wissen noch nicht mehr so ganz genau, ob es ein Asteroid, ein Komet war. Es gibt Menschen, die behaupten, es war ein abgerissener Sonnensegel und einige behaupten, es sei ein außerirdisches Raumschiff. Das ist alles irgendwie nicht so wirklich klar. Und das macht es eigentlich zu einer guten Huxilla-Geschichte, dieses Thema. Wir wollen uns das ein bisschen mal anschauen. Was mich überrascht hat, als ich, ich weiß gar nicht mehr, das war so eine YouTube-Zeit, da war ich, glaube ich, krank alleine über die Weihnachtsfeiertage, glaube ich. Oder zu einem anderen anders krank alleine zu Hause, ich weiß es gar nicht mehr. Und bin auf eine Doku gestoßen, habe gedacht, was ist das denn? Denn bei all dem, was wir hier zu erzählen und dem ersten nachgewiesenen interstellaren Objekt, was durch unser Sonnensystem gereist ist, ist das Erstaunliche, dass das am 19. Oktober 2017 erst passiert ist. Das hat mich ziemlich gewundert. Man geht ja immer davon aus, dass so Dinge wie interstellare Objekte oder auch exosolare Planeten, also Planeten, die nicht um unsere Sonne, sondern um einen anderen Stern kreisen, irgendwie ein alter Hut sind. Aber wenn man sich natürlich etwas intensiver mit dem Thema befasst, stellt man fest, das ist alles relativ neu. Also bei den extrasolaren Planeten ist die Forschung schon ein bisschen älter. Da gibt es schon ein paar mehr. Aber im Grunde genommen 2017… Naja, was neu war vor allen Dingen war, dass man es wirklich entdeckt hat und beobachten konnte, wenn auch nur für wahnsinnig kurze Zeit, was das ganze Problem natürlich erschwert. Genau. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, es gibt keine extrasolaren oder interstellaren, in dem Fall sogar Objekte im Weltall. Wir haben nur noch keins gesehen. Und wenn man sich Aussagen von Astrophysikern, Astronomen anschaut und durchliest, dann gehen die halt davon aus, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt, also auch jetzt gerade, wenn ihr diese Episode hört, wahrscheinlich tausende interstellare Objekte durch unser Sonnensystem rasen. Aber wir sehen sie halt gerade nicht. Und was wir nicht sehen, können wir nicht nachweisen. Das heißt, nur weil wir die Wahrscheinlichkeit haben, dass etwas da ist, ist es aber erst bewiesen, wenn wir es gesehen und geprüft und gemessen haben. Und das ist 2017 passiert. Und zwar am 19. Oktober 2017. 2017 und das war im Grunde genommen durch das Pan-Stars-Teleskop. Und das ist auf dem Haliakala Observatorium, also auf dem höchsten Berg, den die hawaiianischen Inseln zur Verfügung stehen haben, steht eben dieses Haliakala Observatorium. Ich hoffe, ich habe es jetzt ein bisschen besser ausgesprochen. Und dort hat Robert Varick mit seinem Team dieses Objekt entdeckt. Und zunächst wusste man gar nicht, was es war. Man hat nur gesehen, es bewegt sich was. Ich muss einmal dazwischen werfen, dass er in seiner Signatur Bewahrer des Planeten Erde stehen hat. Was natürlich so ein bisschen scherzhaft gemeint ist, aber einen ernsten Hintergrund hat. Weil er nämlich genau solche Objekte sozusagen sucht, also Ausschau hält nach so etwas. Und natürlich auch vor dem Hintergrund sind da Asteroiden dabei zum Beispiel, die uns gefährlich werden können. Genau, also wir wissen ja inzwischen und nicht erst seit dem Film Don't Look Up, wer ihn immer auch gesehen hat oder nicht. Da geht es ja darum, dass ein Objekt auf die Erde einschlagen wird. Und genau das hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben. Man ist sich heute relativ sicher, dass die Dinosaurier an den Nachfolgen eines Einschlages, eines Kometeneinschlages gestorben sind. Und zwar nicht sofort, sondern dann über die klimatischen Veränderungen, die so einen Einschlag eines sehr, sehr großen Objektes dann im Grunde genommen hat. Nämlich die Auswirkung einer riesigen, ja fast atomaren Winters, weil natürlich durch den aufgewirbelten Staub sich dann die Atmosphäre verdunkelt und dann ist es kälter und so weiter und so weiter. Könnte man fast mal mit einer eigenen Folge wieder drüber machen. Aber man ist sich sehr wohl bewusst, dass wir immer wieder unter der Gefahr stehen, von einem Objekt aus dem Weltall getroffen zu werden. Und dann gibt es eben verschiedene Kategorien, bis hin zu Planetenkillern, von denen man annehmen muss. Ab einer bestimmten Größe ist so ein Objekt auch in der Lage, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Insofern macht es natürlich Sinn, dass wir heute mit unseren Observatorien den Himmel betrachten, das Weltall betrachten und schauen, ist da irgendwas, was uns treffen könnte. Und man hat den einen oder anderen Plan, wie man solchen Objekten begegnen könnte, wie man sie so weit ablenken könnte, dass sie dann vielleicht doch an der Erde vorbeifliegen. Und einer der Wissenschaftler, der sich mit diesen Themen beschäftigt, im Grunde genommen erst mal damit sich beschäftigt, Objekte im Weltall zu verfolgen und zu dokumentieren, der hat eben am 19. Oktober 2017 ein Objekt entdeckt, was sich bewegt hat. Und das war sehr ungewöhnlich. Und man war sich dann erst mal nicht mehr sicher, was ist es. Es war dann aber relativ schnell sehr aufgebracht. Genau, also das war schon eine Entdeckung, die wirklich die Astronomie-Welt begeistert hat. Denn es ging schon mit der Bahn los. Bahn in Form einer Hyperbel. Also was man ja so kennt, sind diese Kepler-Bahnen, diese Ellipsen und so. Das wäre sozusagen ... Wir sagen es nochmal, was eine Kepler-Bahn ist. Also alle Planeten, die wir ja in unserem Sonnensystem haben, sind quasi fast wie auf einer Scheibe angeordnet. Mehr oder weniger. Alle, die sich besser ausgeben, ja, da gibt es kleine Variationen. Aber die Planeten insbesondere sind quasi fast in einer Scheibe um die Sonne angeordnet. Das sind die Kepler-Bahnen. Dann haben wir so ein paar Objekte, die Kometen, der hellische Komet zum Beispiel, die weichen so ein wenig ab und sind etwas elliptischer. Genau, die kommen aber auch immer wieder vorbei. Genau, die sind immer wieder dabei. Und dann, jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, eine hyperbolische Bahn. Kommt da etwas anderes, oder? Genau. Also kann man sich von der Form her ein bisschen vorstellen, wie so ein Bumerang geformt. Das heißt also, das kam von irgendwo anders her und ist dann sozusagen schon, als sie es entdeckt haben, wieder auf dem Weg aus unserem Sonnensystem raus. in 33 Millionen Kilometern Entfernung. Und man konnte relativ schnell berechnen, dass sozusagen die größte Annäherung an die Erde bei 24 Millionen Kilometern stattgefunden hat. Also das Ding war schon wieder auf dem Weg weg. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, das ist dann bald weg. Es ist auch super schnell mit 25 Kilometern pro Sekunde. Und wir müssen uns jetzt wahnsinnig beeilen, um rauszufinden, was zum Teufel dieses Ding ist. Dazu kam auch noch, dass das sozusagen das Licht auf eine sehr, sehr merkwürdige Weise reflektiert hat. Mal stärker, mal schwächer. Und man hat dann überlegt, was für eine Form könnte das Teil haben? Und ist dann auf die Idee gekommen, dass es unter Umständen wie eine Zigarre geformt sein könnte. Ganz genau. Es gab aber auch zum Beispiel von anderen Forschern, da werden wir nachher noch drauf eingehen, die vorstellen nur, dass es ganz flach ist. Genau, das hat man festgestellt, weil man natürlich geschaut hat, wie wird das Licht reflektiert. Und das Muster von mehr Licht und dann plötzlich wieder ganz wenig Licht ließ im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten zu. Einmal diese Zigarrenform, die du beschrieben hast. Und wenn dieses Objekt dann taumelt, dann kann man sich vorstellen, wenn die lange Seite... Das ist quasi wie so ein Stock, den man so längs wirft. Und immer wenn die lange Seite das Licht der Sonne reflektiert hat, dann hat man mehr Licht vom Objekt bekommen. Und wenn es dann mal so in diesen schmaleren Bereich ging, weniger Licht. Und die andere Option oder Form, die so ein Objekt haben könnte, ist halt wirklich wie so ein ganz, ganz flacher Kieselstein. Die Dinger, die man so über den Teich hüpfen lassen kann. Das war die andere Option. Heute ist man sich in der wissenschaftlichen Welt etwas mehr einig. Oder man vertritt inzwischen etwas mehr die These, dass es ein zigarrenförmiges Objekt war. Weil man natürlich die ganzen Daten, die erhoben wurden, wurden dann, nachdem man Umuamua gesehen hat, nochmal geprüft hat. Aber tatsächlich muss man ganz ehrlich behaupten, kein Mensch weiß, wie das Objekt wirklich ausgesehen hat. Wenn ihr nach Umuamua googelt und wir werden auch die ein oder andere Doku verlinken und ein paar Artikel verlinken, dann werdet ihr immer so Bilder sehen von so einem zigarrenförmigen Objekt im Grunde genommen. Martin Moda würde sagen, sieht aus wie eine Kackwurst. Ja, das würde Martin Moda vermutlich sagen. Schönen Gruß an der Stelle. Aber das sind tatsächlich künstlerische Darstellungen. Das heißt, was wir gesehen haben, das sieht man ganz schön am Wikipedia-Artikel von Umuamua, nämlich einen weißen Punkt. Und das ist im Grunde genommen das, was die Teleskope entdecken konnten. Mehr haben wir nicht gesehen. Das andere sind Berechnungen, Überlegungen, insbesondere durch dieses Schwanken des reflektierten Lichts. Und Alexa, du hast es gerade schon in einem Stück gesagt, wir haben Umuamua nicht gesehen, als es reingekommen ist in unser Sonnensystem, sondern erst, als es weggeflogen ist. Und als es auch schon eigentlich am dichtesten Punkt vorbei war zur Erde. Das hast du ja auch gesagt. Und das heißt, die Bahnen, die dann hinterher berechnet wurden, oder die Tatsache, dass es eine hyperbolische Bahn gewesen ist, hat man auch rekonstruiert. Das heißt, wir haben einen ganz, ganz kurzen Zeitpunkt im Grunde genommen gehabt, um Umuamua uns anzuschauen. Und nachdem es dann entdeckt worden ist und so ungewöhnlich war, hat es tatsächlich quasi weltweit einen Run auf alle Teleskope und Observatorium gegeben, die alle ihre Augen in Anführungsstrichen Richtung Umuamua ausgerichtet haben, weil man sich dann doch relativ schnell sicher war, das muss was Interstellares sein. Und wir müssen jetzt so viele Daten sammeln, wie es gerade eben geht. Also die Frage war halt wirklich, ist es A, ein Asteroid? Ist es B, ein Komet? Oder ist es vielleicht doch irgendwas Außerirdisches? Asteroid, das heißt, es würde aus Gestein bestehen. Komet würde bedeuten, dass es ja wie so ein aus Gestein und vor allen Dingen Eis bestehender interstellarer Schneeball ist. Da war sofort das Problem, dass man nicht gesehen hat, als das Ding in der Nähe der Sonne war, dass da eine Ausgasung stattgefunden hat. Das heißt also, das Ding hat keinen Schweif entwickelt, als da Gas von der Oberfläche entwichen ist oder das Eis dann zu Gas geworden ist und entwichen ist. Und das sah schon mal total ungewöhnlich aus. Also das passte irgendwie alles nicht. Und dann hat man natürlich überlegt, na ja, vielleicht ist es ja ein Raumschiff und hat angefangen, das Ding zu belauschen. Weil man sich natürlich gedacht hat, wenn das Aliens sind, die irgendwie entweder selber hierher gereist sind oder irgendwie eine Sonde geschickt haben, die wollen ja bestimmt auch irgendwelche Signale aussenden, denn Kommunikation ist bei sowas immens wichtig. Also hat man angefangen, nach Radiowellen zu suchen und hat das dann wirklich über mehrere Stunden, über acht Stunden abgehört und hat aber nichts entdeckt. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Radioteleskopen an. Also natürlich hat man zunächst mal mit den visuellen Teleskopen versucht, möglichst viel von Oumuamua zu sehen. Aber genau wie du sagst, wenn es denn Aliens sind oder ganz generell, natürlich macht es auch Sinn, Radioteleskope darauf auszurichten. Und es gab im Grunde genommen zwei Teams, die sich darum gekümmert haben, nämlich einmal das Team von Avi Loeb von der Harvard University. Die haben im Dezember 2017 die von dir beschriebene Messung vorgenommen und haben festgestellt, jetzt muss man es gar nicht ganz korrekt aussagen, dass das Objekt zumindest in der Zeit, in der man es gemessen hat, Funkstille gehalten hat. Oder anders ausgedrückt. Die wussten, dass sie belauscht werden und haben dann irgendwie in den Stealth-Mode gegangen. Genau, also es gab eben keine Radiotransmissionen. Wenn man jetzt so ein wenig in den UFO-Foren oder Alien-Foren, muss man viel mehr rumsucht, sich umtut, dann gibt es immer wieder Meldungen darüber, dass es dann doch Radiosignale gegeben hat. Aber zum einen, wie gesagt, die Harvard University hat da nichts gefunden. Und das war nicht die einzige Einrichtung, sondern auch Seth Shostak vom City-Programm, also der Suche nach außerirdischen Intelligenz. Der Typ, der das alles immer machte. The City Guy, also Search for Extraterrestrial Intelligence. Auch die haben mit ihren Einrichtungen um Moa Moa abgehört und waren insgesamt auch alle so ein bisschen enttäuscht. Weil es natürlich schon schick gewesen wäre, wenn so ein Objekt das so rasend schnell durch unser Sonnensystem fliegt. Und eine weitere Bedeutung, es ist ja nicht hinten am Jupiter irgendwo vorbeigeflogen, sondern in der sogenannten Goldilocks-Zone, also in der Zone, wo man flüssiges Wasser vermuten kann und damit auch Existenz von Leben, ganz genau. Und das war natürlich etwas, wo man mit ein bisschen Fantasie sagen konnte, okay, wenn ich durch ein fremdes Sonnensystem fliegen möchte und vielleicht herausfinden möchte, ob da außerirdisches Leben existiert, würde ich mir natürlich die habitable Zone aussuchen. Und man ist sich ja heute relativ einig darüber, auch wenn es vielleicht ein bisschen so menschlicher Narzissmus ist, aber dass die Wahrscheinlichkeit, biologisches Leben zu identifizieren, in dieser habitablen Zone am größten ist. Und das war ja noch eine Besonderheit, denn Moa Moa ist genau durch diese Zone durchgeflogen. Gar nicht mal weit weg. 24 Millionen Kilometer ist jetzt vertretbar entfernt von der Erde. Genau, und hatten wir, ich weiß gar nicht, jetzt sind wir wahrscheinlich ein bisschen außerhalb der Reihenfolge, aber hatten wir schon erwähnt, dass es beschleunigt hat beziehungsweise nicht so stark abgebremst hat, wie durch die Gravitation der Sonne eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Das ist ja auch so hin, 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 vielleicht doch auch im Schiff. Genau, das müssen wir gleich natürlich noch ausführlich beschreiben. Also Alienhypothese oder Funkübertragung könnte ja auch eine Sonde sein, eine Unbemannte, die Signale weitersendet. All das hat man nicht identifiziert. Man hat auf verschiedenen Bandbreiten natürlich gescannt, nicht nur eine Bandbreite und war dann irgendwann an dem Punkt, dass man gesagt hat, okay, es gehen keine Radiosignale von diesem Objekt aus. Jetzt hast du gerade schon einen weiteren sehr erstaunlichen Befund genannt. Also selbst ein interstellares Objekt, was man beobachtet, was man sich anschaut, muss sich ja den Gegebenheiten der Gravitation im Grunde genommen fügen und man kann dann, also ich nicht, aber die Astronomen können das natürlich, weil sie das gelernt haben und da sehr gut sind, im Flugbahn berechnen. Das heißt, in dem Moment, wo man Oumuamua gesehen hat und dann auch mit den Teleskopen verfolgt hat, war man in der Lage, im Grunde genommen eine Flugbahn vorauszuberechnen, anhand der Oumuamua das Sonnensystem wieder verlassen wird. Das Problem dabei war die Tatsache, dass, wie du es gerade schon beschrieben hast, Oumuamua schneller geworden ist. Und jetzt ist es so, wenn etwas an der Sonne vorbeifliegt und dann von der Sonne umgelenkt wird, das sind diese Methoden, die wir ja auch übrigens benutzen, um Sonden zu den außenliegenden Planeten zu schicken, da hat man ja auch diese Gravitationsschleudern. Slingshot. Genau, das englische Begriff. Gravitationsschleuder ist, glaube ich, die deutsche Bezeichnung. Das heißt, wenn man also an der Sonne vorbeifliegt, dann ist das sozusagen wie so... In einer Zwille. Ja, oder wie Eiskunstläufer, die dann so im Kreis sind und sich durchs Kreis drehen, dann beschleunigen. Und wenn man dann den anderen loslässt, fliegt der schneller weg, als er gekommen ist. Und das hat eben Oumuamua auch gemacht. Das heißt, um die Sonne abgelenkt, wurde er schneller, dieses Objekt, oder wurde es schneller, das Objekt. Und dann werden diese Objekte aber eigentlich wieder langsamer. Ist ja klar, weil dann dieser Slingshot-Effekt vorbei ist und nachlässt, aber Oumuamua wurde nicht schnell genug, langsam genug, sondern hat irgendwie noch einen Zahn zugelegt. Und das war im Grunde genommen der Moment, wo man gesagt hat, okay, es ist kein Komet. Das war so, die erste Vermutung war, wir haben hier einen interstellaren Kometen. Wir sehen, du hast das Schweif genannt, die Astronomen sprechen da von einer Koma. Wir sehen keine Koma, also da gast nichts aus. Also muss es ein Asteroid sein. Es ist ganz interessant, dass die Bezeichnung von Oumuamua in diesen astronomischen Katalogen auch gewechselt hat. Und dann plötzlich wird das Ding aber doch wieder schneller. Und da war es dann wieder so, dass einige Leute gesagt haben, gut, vielleicht ist es doch ein Raumschiff, was jetzt wieder Gas gibt. Als ich das gelesen habe, das war auch bei mir so ein Punkt, da dachte ich, Moment mal, wie soll das denn? Okay, vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit. Und dann auch noch diese Begeisterung in der Astronomie-Community, wo Leute wirklich gedacht haben, aber da kommen wir später noch drauf. Das besprechen wir später. Genau, also das war erst mal nicht zu erklären. Man wusste also nicht, warum wird das Ding jetzt mit einem Mal wieder schneller? Und man hatte dann später, durch verschiedene Betrachtungen, Untersuchungen und Auswertung von Daten, ist man dann zu dem Schluss gekommen, dass es doch wohl im Kern ein Komet gewesen ist und dass es doch Ausgasungen gegeben hat, die aber nicht im Lichtspektrum stattgefunden haben und nicht in der Menge stattgefunden haben, die man sonst gekannt hat. Genau, und dazu, jetzt kommen wir schon ein bisschen mehr zur wirklichen Beschaffenheit. Wohlgemerkt, wir sprechen hier über Theorien oder Hypothesen, die zwar Sinn machen und auch mit der Beleglage übereinstimmen und mit der Datenlage, wie man sie denn vorliegen hat, aber letzten Endes alles nur sozusagen in der Theorie existiert, denn Messen oder gar Proben entnehmen ist jetzt derzeit einfach nicht möglich. Ob es irgendwann mal doch möglich ist, das können wir ganz am Ende der Sendung besprechen, aber derzeit ist halt einfach vorbei. Und diese Beschaffenheit von Oumuamua hat sich wirklich als der absolute Glücksfund herausgestellt, weil wirklich so ein Objekt wie dieses Ding hat man einfach noch nicht gesehen mit einer ganz, 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 ganz dicken Kruste, die sich über den langen, langen Zeitraum dieser interstellaren Reise geformt hat. Aber innen drin ist eben halt doch Eis. Und diese Ausgasungen, die man dann halt nicht gesehen hat, aber von denen man dann eben doch anhand der Datenlage annehmen muss, dass sie stattgefunden haben, haben dann halt wirklich nur so als ganz kleine Eruptionen an bestimmten Punkten stattgefunden und nicht in der riesigen Menge, wie sie sonst bei Kometen stattfindet. Das ist die Vermutung. Sozusagen aus dem Inneren heraus, durch die Kruste. Und dann gibt es eben noch die Überlegung, dass es eventuell Stickstoff oder sogar Wasserstoff gewesen sein muss, was im Wesentlichen gefroren ist. Und das sind beide Stoffe, die im Grunde genommen auch wenig reflektiv dann sind, wenn sie ausgasen. Das kommt auch noch hinzu. Auch das hat man zumindest mal als Theorie in den Raum gestellt. Wir sollten noch mal ganz konkret sagen, dass wir im Mitte Dezember 2017 Oumuamua schon nicht mehr beobachten konnten. Also wir haben tatsächlich einen Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte Dezember. Das heißt, im Grunde genommen nur zwei Monate Zeit gehabt, um das Objekt zu beobachten, sehr viele Messungen vorzunehmen, alles was ging. Danach war es halt vorbei. Dann haben wir es nicht mehr gesehen. Und das macht natürlich die Beurteilung dessen, was es war, gerade weil es ein bisschen ungewöhnlicher war als das, was man gewohnt war, extrem schwierig. Tatsächlich gibt es neben dieser Ausgasungstheorie von Stickstoff oder Wasserstoff, was man eben weniger sieht, auch noch die Überlegung, dass wenn denn dann Oumuamua durch den interstellaren Raum geflogen ist, Oumuamua auch mit interstellarer Strahlung kollidiert ist. Und da habe ich auch noch mal gelernt, dass wir nicht nur durch das Magnetfeld der Erde vor Strahlung geschützt sind, sondern tatsächlich auch die Magnetosphäre der Sonne uns Schutz gewährt. Das heißt, die sehr, sehr heftige interstellare Strahlung, die sehr, sehr energiereich ist, erreicht uns in der Regel gar nicht. Und das, was uns dann noch erreicht, wird dann noch mal durch die Atmosphäre und das Magnetfeld der Erde abgelenkt. Und dann gibt es immer noch Strahlung, die uns erreichen kann. Und es gibt, wir haben eine Doku gesehen, die werden wir euch auch verlinken, ein Experiment, wo man tatsächlich Eis genommen hat und simuliert dieses Eis interstellarer Strahlung ausgesetzt hat. Ich finde die Vorstellung, dass es einen Typen gibt, dessen Job ist, es Planeteneis herzustellen, so faszinierend. Irre, ne? Wie geil ist das denn? Und dann noch Strahlung drauf zu knallen. Also hochenergetische Strahlung ist schon alles sehr, sehr interessant. Und was sich dabei ergeben hat, war tatsächlich, dass es sich verfärbt hat, das Eis. Das ist deutlich rötlicher geworden. Und spätere Auswertungen von Oumuamua haben auch ergeben, dass Oumuamua mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine rötliche Oberfläche gehabt hat. Also das eher rötlich ausgesehen hat, das Objekt. Und bei vielen der künstlerischen Darstellungen sieht es eben aus wie, du hast es gesagt, was Martin Motor sagen würde, also eher so silbern-schwarz. Es müsste aber eigentlich rötlich gewesen sein, das Objekt. Und man kann aus diesen Daten und diesen Experimenten den Schluss ziehen, dass Eis, was über einen sehr langen Zeitraum, und hier reden wir tatsächlich über Millionen von Jahren, dem interstellaren Strahlungsspektrum ausgesetzt ist, so eine Art harte Schale erzeugt, und dass dann das Ausgasen anders stattfindet, als es vorher stattgefunden hätte, wenn es nicht diese Bestrahlung gegeben hat. Und insgesamt die interstellaren Objekte, die es so gibt, dazu gehören Strahlung, aber auch Staubpartikel und andere Dinge. Also früher hat man immer gedacht, interstellarer Raum ist halt komplett leer, da ist nichts los. Das stimmt offensichtlich nicht. Können auch dazu geführt haben, dass Oumuamua ein wenig abgeschliffen ist und eben zu dieser sehr flachen, länglichen oder scheibenartigen Form sozusagen über Millionen von Jahren im interstellaren Raum abgeschliffen worden ist, gleichzeitig bestrahlt worden ist. Dann hat sich so eine harte Kruste ausgebacken und damit gast eben dieses Objekt nicht so schnell aus, wie man es vermutet. Sehr, sehr interessante Theorien und Thesen. Und man merkt hier schon, wir lernen etwas über den interstellaren Raum, weil ein Objekt aus dem interstellaren Raum vorbeigeflogen ist und weil wir die Gelegenheit hatten, es zu beobachten. Finde ich absolut faszinierend. Genial. Wenn wir nochmal auf die Frage zurückkommen, ob es ein Sonnensegel ist oder nicht, da gibt es eine Studie, federführend war hier auch Avi Loeb und Phil Plait, den wir ja alle vom Blog Bad Astronomy kennen, hat sich damit beschäftigt und hat sich, also man merkt schon irgendwie so seine Begeisterung an und dass er vielleicht ein bisschen gehofft hätte, dass es vielleicht ein Alienraumschiff ist, aber er muss halt anhand der Datenlage und der Methodik dieser Studie doch kritisieren, zu welchen Schlüssen man da kommt, beziehungsweise es wird nicht gesagt in dieser Studie, das war ein Sonnensegel von einem Alienraumschiff oder einer Sonde, sondern es werden einfach nur Daten dahingehend interpretiert. Was aber auch zur Folge hat, und das kann man bei Phil Plait ganz gut nachlesen, dass gewisse Befunde, die da eben nicht reinpassen, halt auch weggelassen werden. Und er ist zum Beispiel, nimmt er Bezug auf einen Punkt, also wenn es ein Sonnensegel wäre, hätte man die Größe berechnen können von dem Ding und das wären 50 Quadratmeter gewesen. Und er sagt zu Recht, warum, wenn das dann so ein kleines Sonnensegel ist, warum hätte man das dann halt so klein machen sollen? Also damit kommst du ja gar nicht auf die Geschwindigkeiten, die du eigentlich für eine interstellare Reise haben willst. Wir hatten am Anfang gesagt, 25 Kilometer pro Sekunde, das hört sich erstmal wahnsinnig viel an. Apollo-Museum, ich weiß gar nicht, 11 oder so. So in der Größenordnung, ja. Also schon schnell, aber das willst du halt nicht, wenn du interstellar reisen willst. Mit der Einschränkung, dass die Apollo-Mission tatsächlich der schnellste Flugobjekt war, was wir jemals erzeugt haben als Menschheit. Also insofern, da merken wir schon, dass wir deutlich schneller. Also da soll es schon eher in die Tausende gehen, wenn du wirklich Strecke machen willst, interstellar. Sollen wir vielleicht mal ganz kurz das Prinzip eines Sonnensegels erklären? Ja, mit dem Sonnendruck oder Lichtdruck. Genau, also ein Sonnensegel per se ist in der Theorie sehr gut möglich und gar kein Unsinn. Fans von Sci-Fi werden es vielleicht aus der Serie Deep Space Nine auch kennen, wo Benjamin Siskel mit seinem Sohn dann so ein antikes Sonnensegel-Raumschiff baut. Der Bajorana. Der Bajorana, genau. Und damit dann sogar Überlichtgeschwindigkeit erreicht, weil er in so ein Strom von überlichtschnellen Teilchen kommt. Ich weiche ab vom Thema. Weil du so begeistert bist. Das finde ich sehr schön. Aber Sonnensegel per se sind durchaus ein Antrieb, den man nutzen kann. Sie müssen halt nur sehr groß sein. Sie müssen ganz wenig wiegen. Und das Verhältnis von Größe, geringem Gewicht zu dem eigentlichen Gewicht, was man dann durch das Weltall transportieren möchte, muss entsprechend sein, um solche hohen Geschwindigkeiten, wie du sie beschrieben hast, Alexa, zu erreichen. Das heißt, ein Raumschiff, in dem man Lebewesen transportieren möchte, muss sehr, sehr große, sehr, sehr leichte Sonnensegel besitzen, damit das funktioniert. Und Sonnensegel sind eben reflektiv von ihrer Oberfläche her. Und dann ist es eben so, dass die Sonnenteilchen im Grunde genommen, also Photonen in dem Fall, ja eigentlich keine Masse haben, aber einen gewissen Druck aufbauen können. Ich werde das nur so semikorrekt erklären. Aber sie können tatsächlich so ein großes Sonnensegel anschieben. Und wir wissen ja, dass es im Grunde genommen kaum Reibung, ich sage jetzt kaum, es gibt ein bisschen, aber vernachlässigbare Reibung im Weltall gibt. Und das heißt, wenn also ein stetiger Strom von solchen Photonen auf ein Sonnensegel trifft, dann beschleunigt so ein Sonnensegel. Das heißt, du würdest sehr, sehr langsam beschleunigen, aber dann auf große Geschwindigkeiten kommen. Genau, dafür dann ganz kontinuierlich. Das ist ja auch eine Idee dieser neuen Antriebsformen, wo kleine radioaktive Teilchen hinten rausgefeuert werden, aber ganz regelmäßig und damit sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht werden, anders als bei den, ja im Grunde genommen chemikalischen Antrieben, die wir aktuell benutzen. Das heißt, das Grundprinzip ist da und man ist immer wieder auch kurz davor oder zumindest man überlegt es mal, so ein Sonnensegel tatsächlich aktiv zu bauen und auszuprobieren, ob das funktioniert. Das heißt, diese Theorie für Avi Loeb, dass eine außerirdische Intelligenz im Grundsatz ein Sonnensegel benutzt, um mit hoher Geschwindigkeit durch das Weltall zu reisen, ist ja gar kein Unsinn. Aber du hast es jetzt gerade schon gesagt, es ist halt viel zu klein. Das ist dabei rausgekommen. Das macht keinen Sinn, dass es so klein ist. Und, und das ist jetzt das entscheidendste Problem eigentlich an dem Paper von Avi Loeb ist, er kommt ja auf die Idee eines Sonnensegels, weil er sagt, das taumelt und deswegen ist es mal reflektiver und mal nicht. Das ist ja im Grunde genommen, wenn wir von so einer flachen Scheibe sprechen, die absolute Überspitzung einer flachen Scheibe. Das Problem dabei ist, und da legte Phil Plait, glaube ich, den Finger an die tiefste Wunde dieses Papers ist, wenn so ein Sonnensegel zum Beispiel abgerissen sein soll, das war ja eine der Theorien, dass das das Überbleibste eines Alien-Raumschiffs war und dann einfach per Zufall zu uns gekommen ist, dann würde der Antrieb nicht mehr funktionieren. Denn ein Sonnensegel, wenn es taumelt, kriegt eben nicht mehr diesen kontinuierlichen Strom von Futronen, um zu beschleunigen. Und damit wäre auch diese Beschleunigung aus dem Sonnensystem hinaus, die man beobachtet hat, gar nicht möglich gewesen. Und das ist im Grunde genommen, so wie ich das alles mir durchgelesen habe, der größte Pferdefuß an dieser Theorie von Agilob, Größe und alles mal hin und her. Aber die Tatsache, es kann halt nicht taumeln und trotzdem schneller werden. Das funktioniert bei einem Sonnensegel nicht, so hat es Phil Plait dargestellt. Den Artikel verlinken wir euch auch. Und dann ist die Theorie halt im Grunde genommen schon gestorben. Ich meine, in der Doku, die wir uns angeschaut haben, auf die wir jetzt schon mehrfach Bezug genommen haben, sagt er sogar selber, also Agilob, dass er sozusagen anerkennen muss, dass die Belege eben nicht dafür sprechen. Und das ist eben auch wieder ein Zeichen für gute Wissenschaft. Das heißt also, wenn die Datenlage deiner Annahme widerspricht, musst du in der Lage sein, von deiner Hypothese Abschied zu nehmen, wenn sie dann eben widerlegt ist in dem Fall. Und das tun die halt auch. Und wir können ja, ich weiß nicht, ob jetzt oder ein bisschen später nochmal überhaupt auf die Wissenschafts-Community und ihre Begeisterung und ihren Umgang mit dem ganzen Objekt zu sprechen kommen. Denn ich finde, du kannst verschiedene Dinge über Wissenschaft lernen, wenn du dich mit Oumuamua beschäftigst. Du kannst lernen, wie Hypothesen gebildet und getestet werden. Also man hat zum Beispiel auch Versuche gemacht, ob die Kollision von Himmelskörpern überhaupt dazu führen könnte, dass so ein längliches Objekt entstehen kann. Man hat die Bahn berechnet, man hat versucht, Dinge über die Beschaffenheit herauszufinden, ob das Ganze nun ein Asteroid oder ein Komet ist. Und man hat immer, wenn etwas überhaupt nicht mit den Daten übereinstimmte, sozusagen gesagt, okay, das war Quatsch, jetzt müssen wir die nächste Hypothese überprüfen. Das heißt also, man ist hier wirklich hochwissenschaftlich vorgegangen und hat versucht, in der Datenlage möglichst viel zu finden, was Sinn macht, was sich sozusagen zu einer Theorie zusammensetzen lässt. Und was ich wunderbar fand und was auch in den Dokus wirklich toll zum Ausdruck kommt, ist die Begeisterung. Ich habe leider ihren Namen vergessen, da war eine Astronomin oder Astrophysikerin, ich weiß jetzt gar nicht genau, die sagte mir, ich habe am ganzen Körper gezittert, als ich diese Meldung bekommen habe, als ich das erfahren habe, dass es dieses Objekt gibt. Also diese absolute Begeisterung für ihr Fach und erst recht für so eine Entdeckung war wirklich spürbar. Und auch bei den anderen, bei den Kollegen, die sich damit beschäftigt haben, war wirklich ganz viel Herzblut zu spüren, ganz viel Begeisterung. Aber eben auch die Anerkennung von Daten und Belegen, die den eigenen Annahmen widersprechen. Das heißt also, man hat sich da wirklich vorangetastet und versucht möglichst viel herauszufinden und offen an die Sache heranzugehen. Und natürlich kam da auch dann eben die Idee auf, dass es vielleicht ein außerirdisches Raumschiff sein könnte. Das hat man halt diskutiert, aber man musste eben anhand der Datenlage diese Annahme wieder verwerfen. Und ich finde, diese Dinge zu erfahren und wirklich zu sehen und zu hören bei diesen Menschen, genau, wir haben sie gerade gefunden, das war Michelle Thaler, genau, die das wirklich wunderbar beschreibt in der Doku. Ja, sie findet das wirklich so hautnah zu erfahren, macht richtig, richtig Freude und zeigt einfach auch, was für tolle Entdeckungen noch möglich sind. Ich meine, inzwischen haben wir schon andere interstellare Objekte, also wir haben zum Beispiel 2i Borisov, glaube ich, heißt es, was aber mehr so ein klassischer Komet ist, entdeckt und konnten es ein bisschen studieren und dieser Tage Ende Januar 2022 ist noch ein anderes Objekt, was sehr, sehr starke Radiosignale aussendet und zwar alle 18 Minuten, so für eine halbe bis eine Minute lang. Da hat man sich auch erst gefragt, was zum Henker könnte das sein und ist dann auf die Idee gekommen, dass es, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ein Objekt sein könnte, was ein, was Magnetar genannt wird, etwas, das bisher nur in der Theorie existiert hat, aber was man dann gefunden hätte. Also es sind wahnsinnig faszinierende Entdeckungen möglich und ich bin jetzt selber gerade ganz begeistert und ich finde das Thema einfach toll, faszinierend. Ja, also das Besondere ist eben, wir haben bisher zwei interstellare Objekte klar als solche identifiziert, Umuamua, genannt 1i 2017 U1 Umuamua, das ist die offizielle Bezeichnung und 1i steht für 1i und i für interstellar und das zweite ist dann 2i Borisov, das ist das zweite Objekt, was interessanterweise am 30. August 2019, also knapp zwei Jahre später dann entdeckt worden ist und im Moment ist man jetzt dabei, gerade wieder weitere Objekte zu überprüfen, ob es denn wirklich interstellare Objekte sind und ich stimme dir zu, die Begeisterung für die, also die Tatsache, ich komme nochmal auf den Einstieg in die Sendung zurück, dass wir im Grunde genommen davon ausgehen müssen, dass wir ständig interstellare Objekte haben, die durch unser Sonnensystem durchfliegen, ist das eine, das dann zu sehen und dass das wiederum komplett anders ist als all das, was man so erwarten würde, das zeigt natürlich die Möglichkeiten von wissenschaftlicher Forschung, dass wir eben noch nicht alles wissen und ich finde das eigentlich sehr, sehr schön und das ist aber nicht so ein, wir wissen noch gar nicht alles rückblickend oder alle Theorien, die wir haben, sind Unsinn. Deswegen gibt es den Planeten Nibiru. Genau, sondern wir entdecken etwas und versuchen dann mit Hypothesen, Theorien und dem, was wir schon wissen, das wieder erklärbar zu machen. Das finde ich eben sehr, sehr schön. Wir sollten vielleicht die aktuelle, gängige Hypothese einmal schildern, die stammt aus dem März 2021, also so lange hat es auch gedauert, bis die wissenschaftliche Community ja den Konsens gebildet hat und da ist man sich jetzt zumindest nach aktuellem Stand einig, dass es sich bei Oumuamua um ein Objekt aus Stickstoffgas gehandelt haben soll, das bei einer Kollision aus einem Planeten rausgebrochen ist, der unserem Pluto, Zwergplanet Pluto muss man jetzt ja sagen, sehr, sehr ähnlich gewesen ist und dann eben aus einem anderen Sonnensystem entstammt. Die längliche Form, du hast es schon beschrieben, gibt es wohl nach den Simulationen, die man so gemacht hat, häufiger. Allerdings ist es ungewöhnlich, dass so ein längliches Objekt dann rausgetragen wird aus seinem eigenen Sonnensystem und nicht durch weitere Kollisionen dann in diese typischen Bruchstücke herunterbricht, wie wir es kennen. Das wäre eine andere Theorie zu diesem, es wird durch das Stellarimidium abgeschleift, also dass im Grunde genommen schon so ein eher länglich geformtes Objekt rausgekegelt wird aus seinem eigenen Sonnensystem und eben Stickstoffeis, das ist die gängige Theorie, die wir inzwischen haben. Jetzt ist es natürlich so, dass wir im Grunde genommen ja sagen müssten, Mann, wäre das jetzt cool gewesen, wir haben ja auch schon Missionen gehabt, wo Lander auf Kometen gelandet sind, wo wir Messungen vorgekommen haben, warum hat man das denn nicht hier gemacht? Und hier wird natürlich deutlich, dass man innerhalb von zwei Monaten so eine Mission nicht planen kann. Man muss die Rakete haben, man muss ein Lander haben, man muss all diese Dinge vorbereitet haben und die Sichtung von Umuamu hat im Grunde genommen dazu geführt, dass man eigentlich überlegt, solche Sonden im Weltall zu platzieren, in geostationären Umlaufbahnen an sogenannten Lagrange-Punkten, die sozusagen ihre Position dann mit der Erde nicht mehr verändern und in dem Moment, wo man also wieder so ein Interstellaris-Objekte sieht, kann man die losschliegen lassen, um diese Objekte abzufangen. Wir sind uns natürlich klar, dass das sehr viel Geld kostet und naja, wenn dann die nächsten 15, 20 Jahre kein Objekt daran vorbeifliegt, dann ist so eine Mission gestorben, hat nur Geld gekostet und nichts gebracht. Das ist natürlich dem Steuerzahler. Also so wäre die Denkweise. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würde ich natürlich sagen, um Himmels Willen, natürlich kriegt das was, weil irgendwann kommt was vorbei. Genau, aber dem Steuerzahler, der ist ja finanziert, muss man das ja auch erklären. Das heißt, das ist so ein kritischer Punkt. Und jetzt ist es gerade so, dass im Januar diesen Jahres, also ganz, ganz frisch, gibt es ein Proposal, also einen Vorschlag für eine Mission, die Projekt Lyra heißen soll, weil Oumuamua so in das Sternbild der Leier gerade rausgeflogen ist. Und die Idee ist also jetzt eine Sonde starten zu lassen, die dann so innerhalb der nächsten 17 Jahre Sonde irgendwann tatsächlich Oumuamua erreichen könnte, um dann tatsächlich das Objekt sich aus der Nähe anzuschauen. Das ist nicht so ganz einfach. Wir erinnern uns an die Mission, die zum Pluto geflogen ist, New Horizons. Die hat man extrem beschleunigt, die Sonde New Horizons. Und man hatte natürlich dann das Problem, dass man sie nicht mehr zum Anhalten gekriegt hat. Also es war natürlich unmöglich, am Pluto zu bremsen und da in so eine Umlaufbahn einzuschwenken, sondern man konnte nur einen sehr guten, detaillierten Vorbeiflug orchestrieren, weil man einfach zu schnell war, um zu bremsen. Man kann halt nicht genug Sprit mitnehmen, um dann abzubremsen. Also wenn man wirklich eine Probe von Oumuamua entnehmen wollte, dann müsste das echt eine Punktlandung sein. Ja, aber man würde sagen, man könnte das hinbekommen und es ist natürlich jetzt spannend, ob man das machen möchte, so eine Mission zu fliegen. Da bin ich selber mal sehr, sehr gespannt. Es scheint aber so zu sagen, das ist, eigentlich schon wieder der Ausdruck feasible, also es scheint realistisch zu sein, dass man das machen könnte, umsetzbar, genau machbar. Danke. Und da können wir mal schauen, ob es eventuell nochmal so eine Mission gibt, weil es natürlich nach wie vor spannend wäre, ein außerirdisches interstellares Objekt genauer zu untersuchen, weil wir daraus natürlich wieder neue Schlüsse für die Entstehung unseres Universums ziehen können. Und wenn es tatsächlich sowas ist, wie Stickstoffeis aus dem Planeten wie Pluto, dann könnte man zum Beispiel sagen, guck mal, es gibt solche Planeten auch woanders. Wir hatten gar nicht die organischen Anteile in der Kruste erwähnt. Genau. Die machen das Ganze natürlich noch interessanter. Genau, die hat man auch entdeckt durch die Untersuchung, dass es also auch sogenannte Toline dort geben soll. Also die Grundzüge, die wir benötigen, um DNA zu bilden und Leben zu bilden. Und da ist ja wieder so dieser alte wissenschaftlicher Streit, möchte ich fast sagen, ob es denn jetzt so ist, dass Leben einfach aus sich heraus entstehen kann, wenn nur alle Zutaten zur Verfügung stehen. Das ist ja die eine Theorie. Das heißt, wenn es Wasser gibt und wenn es ein bisschen organisches Material gibt, dann irgendwann formt sich auch irgendwie Leben und DNA. Oder aber die andere Theorie, die sogenannte Panspermie, das heißt, dass diese Bausteine von irgendwo her auf einem Planeten gebracht werden, durch einen Kometen, der dann einschlägt. Idealerweise hat er auch noch ein bisschen Wasser gleich mit dabei, als Eis, was dann schmilzt und zack ist das Leben aus dem Weltall gekommen. Da streitet man sich bis heute drüber. Beides wäre möglich. Und die Tatsache, dass man Toline, also eben solche Bausteine, auf der Durchmessung wohl auch nachgewiesen hat, spricht natürlich dafür, dass es durchaus sein kann, dass Leben oder die Bausteine des Lebens auch aus dem interstellaren Raum zu einem Planeten kommen können. Tolle Vorstellung. Absolut faszinierend. Ja, was nehmen wir denn jetzt mit aus dieser Episode, Alexa? Begeisterung für Astronomie? Ja, auf jeden Fall. Und gespannt sein auf das, was noch so kommt. Also nicht so Armageddon-mäßig, also der Film Armageddon-mäßig. Oder Don't Look Up. Oder Don't Look Up-mäßig. Da kann ich gerne drauf verzichten. Ich fand den übrigens großartig, konnten aber nicht zu Ende gucken, weil er so wahr ist. Das nur ganz nebenbei. Aber halt wirklich so dieses Gefühl, wie faszinierend Forschung ist. Und natürlich sind das immer so Ereignisse, die, also die Miss Thaler sagte, Mrs., dass das Highlight ihrer Karriere gewesen ist. Das heißt, das war so ein Ereignis, das hatte sie nicht jeden Tag. Das heißt, Forschung, selbst in dem Bereich, kann auch mal über Strecken ganz furchtbar langweilig sein oder einfach nur alltäglich. Aber trotzdem ist es halt einfach faszinierend, wissenschaftlich zu arbeiten und man braucht überhaupt gar keinen Geschwurbel, um die Welt als ein, ja wirklich einen Platz für Abenteuer auch und für tolle Entdeckungen und für großartige Ereignisse zu sehen. Das heißt also, wir brauchen kein Geschwurbel, um unsere Welt furchtbar faszinierend zu finden und das Weltall mal sowieso. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Schlusspunkt für das Thema. Und mir ging es in der Pandemie jetzt auch in den letzten zwei Jahren so, dass ich manchmal einfach gerne solche Space-Dokus mir angeschaut habe, Astronomie, um einfach nochmal zu realisieren, dass das Wissen über das Universum einfach noch so, also schon groß ist, aber dass es da noch so viele Optionen und Möglichkeiten gibt und so viele spannende Dinge, die entdeckt werden. Du hast den Magnetar erwähnt, also all diese Dinge, die noch auf uns warten, entdeckt zu werden. Und das hat mir da manchmal geholfen, wenn ich mal gerade wieder nicht vor die Tür gegangen bin, weil man gerade nicht vor die Tür gehen sollte oder gar nichts machen konnte, weil man vor die Tür gegangen ist, um so ein bisschen den Kopf durchzulüften, um es mal so zu formulieren und da ist die Geschichte von Umu Umu sicherlich eine, die da wunderbar hineinpasst. Und ich hoffe, dass viele von euch diese Geschichte nicht mitbekommen haben, so wie die auch an mir komplett vorbeigeflogen ist. Haha, vorbeigeflogen. Merkst du ja nicht was? Oha. Und dass wir euch hier ein bisschen was erzählen konnten, wir werden euch wieder natürlich wie immer Links hier unter die Episode verlinken, dass ihr euch da das durchlesen könnt. Und für diejenigen, die uns irgendwo anders hören, diese Links gibt es immer auf der Homepage von Huxilla. So. Und jetzt müssen wir aber nochmal über das Magnetfeld der Erde sprechen, Alexa. Ist das zusammengebrochen? Und wenn ja, warum nicht? Die Auflösung. Ja, es ist am 23. April 2016, das gesamte Magnetfeld unseres Planeten zusammengebrochen für zweieinhalb Stunden, ja oder nein? Die Antwort ist nein. Es handelte sich, obwohl es die Bilder von der NASA tatsächlich gibt, einfach um einen vorübergehenden Fehler in der Software. Das Ganze hat also nicht stattgefunden. Die Meldung stammt von einer Seite, von einer Internetseite, die sich Superstation 95 nennt. Ich will immer als freudscher Verleser Superstition 95, also Aberglaube 95 lesen. Aber das ist halt so berichtet worden, als sei das eine Horrormeldung und real und so weiter. Aber dahinter steckt da halt ein Softwarefehler. Die Frage ist jetzt auch, wie stabil oder sagen wir mal so gleichmäßig unser Magnetfeld überhaupt ist. Weil wenn man sich mal überlegt, wie es zustande kommt, nämlich dieses Fließen von Strömen von flüssigem, heißem Metall um einen festen Eisenkern im Kern unseres Planeten, der dann, also dieser Ozean aus geschmolzenem Metall erzeugt eben diese elektrischen Ströme, die wiederum das Magnetfeld. Und man kann, wenn man sich das vor Augen führt, eigentlich sich schon vorstellen, dass das nicht so ist wie bei einem Kühlschrankmagneten immer gleichförmig, sondern dass das halt fluktuiert. Und interessanterweise kann man diese Ströme, also diese Bewegungen des flüssigen Metalls dadurch ablesen, dass man sich eben das Magnetfeld der Erde anguckt und wie es sich verändert. Das heißt, das sieht also nicht immer gleich aus, sondern das fluktuiert halt auch ein bisschen in seiner Stärke. Und dazu kommt noch, dass es völlig normal ist, dass zum Beispiel auch unser magnetischer Nordpol wandert. Der wandert seit Jahren, seit Jahrzehnten nach Norden und das um einige Kilometer. Das heißt also, der bewegt sich und das ist was völlig Normales und diese Fluktuationen eben auch. Man kann sich jetzt Artikel darüber durchlesen, ob vielleicht ja diese Fluktuationen im Magnetfeld, diese Stärken und Schwächen und auch die die Polbewegung Auswirkungen auf klimatische Veränderungen gehabt haben. Aber das wäre dann wieder ein völlig eigenes Thema. Auf jeden Fall können wir euch den Artikel bei Snopes verlinken, der sich eben mit diesem einmaligen Ereignis am 23. April 2016 beschäftigt. Und da ist auch ein ganz interessanter Absatz drin, wo die NASA eben noch mal genau erklärt, wie das Ganze denn funktioniert mit diesem Magnetfeld und sagt, dass das also eigentlich auch gar nicht so ein Doomsday-Szenario ist, wenn sich das Magnetfeld ein bisschen verändert. Aber zusammengebrochen über mehrere Stunden ist es eben sowieso nicht. Das war nur ein Fehler im System. Ich muss mich da, hier schießt gerade dieser alte Film von 2030 durch den Kopf, The Core, der innere Kern. Ein, sagen wir mal, eher mittelprächtiger Katastrophenfilm, wo es genau um das Thema geht, was passiert, wenn der innere Kern aufhört zu fließen und was passiert dann mit der Erde. Ist jetzt aber nur so eine indirekte Empfehlung, der war ein bisschen trashig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber mit Hilary Swank. Immerhin, genau. Ich würde gerne zum Ausstieg aus dieser Sendung noch einen Aspekt ansprechen, weil das im Moment so ein wenig durch das Twitter-Universum insbesondere auch hindurch geht, aber gar nicht alle betrifft. Aber ich will es mal erwähnen für und zwar können sich alle mal bitte angesprochen fühlen, die uns über Spotify hören. Da sei doch mal erwähnt, dass es ja hier bei Spotify insbesondere einen Podcast gibt von Joe Rogan, wo das Impfen gegen die Corona-Pandemie ja ins Wächerliche gezogen wird, beziehungsweise sogar Falschinformationen über die Impfungen verbreitet werden. Warum ist das relevant? Joe Rogan macht diesen Podcast als Exklusiv-Podcast von Spotify. Das heißt, Spotify bezahlt hier Geld für Falschinformationen. Es hat jetzt mit Neil Young den ersten Musiker gegeben, der gesagt hat, auf dieser Plattform werde ich meine Musik nicht mehr veröffentlichen. Tommy Mitchell hat das gleich getan. Insofern einfach für all diejenigen, die ein Spotify-Abo haben, hier der Hinweis, dass ihr mit eurem Geld auch Falschinformationen über Impfungen direkt unterstützt und wir haben das schon ein oder zweimal erwähnt. Wir werden das auch noch mal in einem Video in den nächsten Tagen oder Wochen noch mal erwähnen. Huxilla bekommt bei Spotify nicht einen einzigen Cent. Wir werden an irgendwelchen Einnahmen durch Spotify nicht beteiligt, in keiner Art und Weise. Wir sind keine Musiker. Bei Musikern ist das durchaus so, dass sie, je nachdem wie oft ihre Musik gespielt wird, ihre Lieder gespielt werden, Geld bekommen von Spotify. Das ist bei uns als Podcast vollkommen wurscht. Also wir haben mehrere tausend Downloads pro Podcast-Episode bei Spotify. Dafür bekommen wir nichts. Wir sind aber bei Spotify, weil wir natürlich wissen, dass viele von euch Spotify gerne nutzen und wir wollen natürlich da sein, wo ihr seid. Also seid euch nur bewusst, dass Spotify, zumindest aktuell, mal gucken, wie sich die Lage weiterentwickelt mit eurem Geld, wenn ihr tatsächlich ein Premium-Abo habt bei Spotify, Falschinformationen finanziert und euer Geld eben nicht wissenschaftlich kritisches Denken wie Huxilla finanziert. Das sei noch einfach einmal erwähnt, überlegt es euch. Natürlich ist Spotify auch eine Riesenplattform und wahrscheinlich wird man in Deutschland Joe Rogan gar nicht so häufig hören. Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung, wie viele Hörer der in Deutschland hat, weil es natürlich ein amerikanischer Podcast ist, aber das gebe ich euch gerne mal mit auf den Weg und wer uns bei Spotify hört und dann am Ende immer diesen Spruch hört, dass man uns unterstützen kann, vielleicht überlegt ihr euch auch noch mal ein paar Cent in unsere Richtung zu kippen, weil eben Spotify uns gar nichts gibt, genauso wenig wie iTunes oder wir bekommen auch von YouTube für all diejenigen, die uns bei YouTube hören, auch da, weil wir keine Werbung schalten, auch keine Einnahmen. Das nur noch mal als Hinweis und wir hoffen, dass Spotify hier vielleicht zumindest mal diese Information, diese Folge mit Falschinformationen über Impfungen mal rausnimmt oder Herrn Rogan mal darauf hinweist, dass er so einen Unsinn nicht verbreiten soll. Andere Plattformen haben da ja durchaus vehement vorgelegt, was das angeht. Richtig. Ja, das mal nur so als Information. Wir haben uns aber jetzt nicht entschlossen, unsere tausenden von Hörern von Huxilla bei Spotify jetzt einfach im Stich zu lassen, weil das interessiert Spotify jetzt auch überhaupt gar nicht, ob wir da rausgehen oder nicht, weil das ist denen halt wurscht. Aber ihr würdet uns dann nicht mehr hören können im Zweifelsfall, die ihr bei Spotify seid und das wollen wir eigentlich auch nicht, aber euch mal zumindest über diesen Missstand, der uns natürlich auch ärgert, einfach mal informieren. Und klar kann man diese Entscheidung von uns irgendwie doof finden und sagen, aber ihr müsst doch konsequent sein, aber wir haben das diskutiert und haben uns eben so entschieden und wollen weiterhin da sein, wo wir gehört werden und so ist es eben. Genau. Und ansonsten kann man Huxilla natürlich auch außerhalb jeglicher Plattformen hören. Man braucht nur eine Podcatcher App. Genau. Da gibt es ganz, ganz viele von. Die kosten auch die allermeisten gar kein Geld und da kann man uns dann abonnieren und dann wird man auch genauso informiert über eine neue Episode und dann braucht man gar nicht so Plattformen wie Spotify. Und ganz theoretisch sogar über die Seite. Über die Homepage. Das machen auch ein paar Leute. Schönen Gruß an all diejenigen, die uns über die Homepage hören. So, jetzt haben wir auch genug an die Gemeinde geprägt. Hoffen, dass ihr die erste Folge aus dem Studio Bavaria in Anführungsstrichen gemacht habt und wir werden jetzt hier wieder in den regelmäßigen Produktionszyklus reinkommen, die Geräte stehen. Die Katzen sind auch gut umgezogen. Katzen sind gut umgezogen. Wenn Sie gefragt haben, vielen Dank für die Nachfrage. Genau. Die fühlen sich hier schon richtig wohl. Genau. Und warum wir umgezogen sind, für all diejenigen, die das alle uns gar nicht mitverfolgt haben, das machen wir demnächst nochmal in einem eigenen kleinen Special, damit ihr das dann alles nachvollziehen könnt und ab Februar spätestens geht es jetzt aber dann wieder völlig normal weiter hier im Sendebetrieb und darüber sind wir sehr froh und da haben wir sehr viel Freude dran und wir haben auch noch so ein paar Themen, da bin ich ziemlich sicher. Und deswegen sage ich, macht's gut, bleibt bitte gesund. Und Omikron, Hurra, uns allen steht's ja irgendwie bevor und die Zahlen schießen in einer beängstigenden Art und Weise nach oben. Das lässt einen schon so ein bisschen gruseln. Insofern passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcastseiten, die uns führen.